und freunde wir kommen zurück wir haben eine runde wulfensteine und platzen ja wird erst gemerkt dass hier so dass ich hier so eine sonne kann haben und ich war mit meiner eigenen kann oder ich hoffe ich bin jetzt nicht zu laut ich habe das mikrofon ist das näher angeholt die kanone ist echt super man trifft echt genial genau ich kann nicht mehr schießen ok sind wir dran vorbei ja was geht es doch ganz gut ach das war auch gut bei einer an das läuft hier drüber sonst funktioniert das ich wollte da gerade hochlaufen aber alles zugestellt hier super beton 50 kilogramm sack wer möchte einen dann bringe ich einen mit wirst du mal eben so geschleppt kriegen also blaskowitsch der steckt natürlich alle drei säcke auf einmal ok kann man nachladen ok ist nachgeladen öffnen was öffnen der blaskowitsch weiß nicht zu helfen wasser wird abgesenkt ok die maus hat sich bedankt bei uns kapitel zwei docks dass wir damit sie aber es trotzdem noch ziemlich hoch das wasser ich hoffe die kann gut schwimmen ansonsten können wir sie auf dem boot mitnehmen ja ich habe einen plan ich gehe in die festung töte jeden verdammten soldaten dann machen wir uns aus dem staub und kontaktieren kessler im dorf ha ich kann die anrufen machen das ist ein geiles daß ey ha 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 siehst aus haben wir es oder was okay jetzt haben wir haben wir es geschafft ach so es geht auch noch weiter moment damit ich mir jetzt erstmal die kanone wieder ans boot machen das war jetzt nicht so clever jetzt ist sie weg oder jetzt ist die kann ich dann aber nur so behämmert ist alles klar rüstung ist immer gut 91 so freude ist etwas länger her dass ich jetzt mal dann nehmen wir doch die mit so dann haben wir 100 100 100 langsam laufen geht das damit nicht aber ich weiß das so nicht wenn wir da jetzt aufmachen ob wir ich glaube im boot können wir da nicht fahren messer zum messer werfen maus drei drücken aha okay wir müssen da drücken ich dachte wir hätten jetzt da aufgemacht okay nehmen wir doch einfach das boot wieder mit hier äh funktioniert nicht okay warte mal welches ein boot muss ja dafür sein dass wir ähm ich weiß ja sonst wie wir darüber kommen weil schwimmen tue ich da ganz bestimmt nicht äh oder müssen wir da rein schwimmen munition da steht sogar munition dran lass mal warte lass mal liegen ich will mal irgendwas gucken lass mal liegen komm mach weg okay wir müssen mit dem boot los deswegen ist auch wieder eine knarre dran und falls die andere leer ist alles klar nehmen wir das dann nehmen wir das moped direkt mit da bj blaskowitsch der schafft das aber er schleppt diese fette gun 150 kilo auf seinen schultern gelastet super beton hier da fahren wir ja Lager auf. Okay, es geht. Sie haben voll. Was ist das? Äh, ne Knarre. Warte, wir haben doch hier. Bringt zwar nix, wir haben voll. Also können wir eigentlich auch weiter. Ah! Es ist so groß, weiter. Ja, ja, ja. 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 Oh Was ist das? Oh, Schlüssel! Da ist auch Plan dabei. Was ist da? Oh, okay. Was war denn da jetzt aufgesammelt? Nee, die Kanone kann man jetzt tatsächlich nicht gebrauchen. Wow, okay. Alles klar. Dann sind wir ja mal... Ja, wir müssen auf jeden Fall da hoch. Und dann fahren wir jetzt mal... Kleine nette Action hier. Aha! Hm. Wie gehe ich jetzt nochmal runter? Hallo? Hä? Wow. Ach, die ist doch leer. Weg! Wie geht der nochmal? Aha. Wie kann man das Feuer wechseln? Okay. Ja, wenn du mir jetzt sagst, wie ich nochmal in die Hocke gehe... auf C... Ach, scheiße. Dann funktioniert das nicht auf C. Einfach nur... Ich hab doch was blicken sehen hier. Ach, das war die blöde Knarre da. Noll. Das war jetzt... Wieder eine Munition. Schöner alter Teppich. Hab meine Oma früher auch immer gesammelt, die Dinger. Aber leider wollte ich keinen davon haben, weil die nicht so mein Ding sind. Warte mal, da müssen wir langen. Was war jetzt, ähm... Na, wieder Pistolenmumie. Ach, das ist hier oben. Nix. Bin auf jeden Fall hier hochgemusst, um die auszuschreiben. So, nehmen wir dich noch. Mist, die Rüstung kann man ja gebrauchen. Ja, da war das Kabel kaputt, da kann man nicht weiter. Alles klar. Ach, nee. Da ist man zu langsam unterwegs hier. Kalt... Oh ja, halt. Also, ich lebte im Bett neben diesem Mädchen und... Na, du hast im Bett gelegen. Wie Karls % Wie Karlsrufunt mü Kämmeltze Vielen Dank.